Hallo, ich bin's, die Evelin. Ich mache heute mein Video mal auf Deutsch. Ich habe heute gebastelt und zwar habe ich mich heute an Tickets rangewagt. Und davon werde ich von Anfang an ein kleines Tutorial machen, wie ich sie gemacht habe. Ich habe keine Schneidmaler gebraucht. Ich habe sie nur mit Lineal gemacht. Sind erst mal drei Stück geworden. Ich lasse eben sehen, was ich gemacht habe. Ich habe sie hier liegen. Weil das Letzte, was ich gemacht habe, das muss noch was trocknen. Na. Als erstes habe ich diese gemacht. Mit Just For You. Mit einem kleinen Herz oben drauf. Ein Steinchen. Dann habe ich hier mit Thank You. Thank You. Da habe ich was türkis Cardstock genommen. Und auch was Designerpapier. Und dann habe ich einen Stempel drauf gemacht. Und hier habe ich so ein kleines Blümchen ausgestanzt. Mit meinem SU-Stanzer. Was ich noch hatte. Und bei diesem letzten Ticket muss ich noch ganz vorsichtig sein. Und da habe ich mit Perlpen gearbeitet. Und da habe ich ganz einfach nur einen Sticker, einen Stempel hier drauf gemacht. Ausgemalt. Und mit Perlpen steht Party drauf. Ja, so sieht das aus. Habe ich immer fünfmal gemacht. Ja. Das Video, was ich heute Abend mache, das wird auch in Deutsch werden. Na. Okay. Sehen wir uns später dann, wenn ich das Video aufgenommen habe. Danke fürs Schauen.